Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir Skywars. Ich habe mir eine neue Tastatur bestellt, weil es in Aktion war. Die Razer, wie heisst sie? Razer Black Widow. Und die war eigentlich 199 Euro. Und jetzt ist der Preis nur noch 144 Euro als Rabatt. Habe ich auch gekissen. Ich tue mal sowas, hätte ich keine Schneewelle. Na, wie sie rennen alle immer weg. Oh, das war knapp. Oh, bist du, meiner? Oder hat er nur so getan? Ja, egal. Nein, bis verrennt er weg. Okay, schnell verzaubern. So, Schutz. Feilschutz. Bringt zwar auch... Oh, ich habe ja nur so ein Schwert. Okay, dann warte ich halt. Ja, kann das sein, dass der überlebt hat. Einfach... Wie glücklich halt. Mist. Ja, okay. Okay, meine Tastatur. Die kommt bald. Am Montag, das heisst morgen. Das ist einfach toll mit so vielen verschiedenen Lichtern. 24 Millionen verschiedenen Lichtern. So, äh, ich meine Farben. Okay, ich müsste zu einer Kiste gehen. Dann... Ding ist... Hey, ich setze mal gut. Nein, du schiesst ihn nicht ab. Okay, das ist null Chancen. Toll, okay, GG. Okay, ja. Das war's mit der Tastatur. Also, die Modi gefallen mir sehr. Ja, finde ich eigentlich toll. Ich freue mich schon auf die Tastatur. Weil die alte, die ich jetzt noch habe, ähm, ist die, wie heisst die, ähm, die Mad Cat Strike Tee, ja. Ähm, es ist eigentlich eine gute. Es ist aber ein bisschen, ähm, also die Leertaste geht nicht. Doch geht sie, aber ist gut manchmal. Manchmal geht sie nicht. Das ist nicht so toll. Wenn man von links drückt, geht sie überhaupt nicht. Und sonst eigentlich schon, aber... Geht das, das Pech hier aus? Du stirbst jetzt. Es gibt auch Leute, die, ähm, einen Bogenschuss machen können. Irgendwie, es ist eine Wand. Dann könnt ihr hier auch hochschießen. Und dann den Gegner auf der anderen Seite treffen. Also ungefähr so. Aber das kann ich natürlich nicht. Ich bin so schlecht im Bogen. Okay. Okay, den haben wir. Ja, bitte. Ja, wir haben gewonnen. Oh, GG. Gut, game. Okay, das war's. Mit dem... Mit der Folge. Ciao Leute, wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.